Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei knapp 61.000 US-Dollar. Unser Pfad nach oben, ja, es wird langsam aber sicher, aber heute Nachmittag stehen da noch ordentliche Zahlen aus den USA auf der Agenda, die nochmal ein bisschen Bewegung reinbringen könnte. Das werden wir uns auf jeden Fall heute im Update-Video anschauen, natürlich auch auf Ethereum, auf die ganzen Stockmärkte etc. pp. und was mögliche neue Trades angeht. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Dann lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram, Talk und Signalgruppen reinjoinen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, alles for free. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr das alles auch nachtraden könnt, was wir hier besprechen, kann ich euch nur mal eine Partnerbörse BingX empfehlen, den Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Bitcoin, wie gesagt, bei 61.000 US-Dollar. Wir haben gestern schon darüber geredet, dass gestern nicht wirklich viel Bewegung da war und vorgestern auch nicht. Aber der Pfad weiterhin der gleiche bleibt, dass wir hier oben nochmal in dem Bereich der knapp 63.000 bis 65.000 US-Dollar vorstoßen sollten. Wir bewegen uns langsam dahin. Wir haben immer noch hier oben diesen kleinen Docht im 0.65er FIP-Level-Bereich bei knapp 62.800 US-Dollar. Aber das wäre erstmal so das Mindestziel, was wir heute erreichen sollten. Ich habe aber auch dazu gesagt vorhin, wir haben heute noch einige News, die auf uns zukommen. Und das sind die VPI-Daten, also Inflationspreise oder Verbraucherpreise, die momentan bei 3% gerechnet werden. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese deutlich geringer ausfallen. Und mit deutlich meine ich 0,2, 0,3% möglicherweise, die wir hier niedriger sein werden als prognostiziert. Weil davon ausgegangen wird sowieso, dass die Zinsen dann sowieso senkt im September. Und zwar deutlich, möglicherweise sogar 0,5 oder 0,75%. Und da würden natürlich hohe VPI-Preise oder Verbraucherpreise nicht wirklich dazu passen. Deswegen rechne ich damit, dass die positiv ausfallen für uns, beziehungsweise auch für die FED. Und deshalb werde ich jetzt hier auch erstmal nicht short gehen. Das Ding ist, wir müssen das beobachten, wie im Endeffekt der Markt dann reagiert. Ich hoffe, dass wir hier hoch in unser Ziel reinkommen. Also in das höhere Ziel sogar erst. Das heißt, dass wir hier oben in diese Supply-Zone, in diese Widerstandszone bei 65.000 US-Dollar kommen. Und von hier aus dann erst wirklich einen Short reingehen. Das Problem ist nämlich hier, wir gehen mal in den 1-Stunden-Timeframe auch nochmal ganz kurz rein und gucken uns an, dass wir hier halt noch diese Ineffizienz haben, hier noch diese 1-Stunden-Supply-Zone. Das heißt, der Markt könnte, sobald wir hier oben durchbrechen, mal schnell 3.000 Dollar nach oben pushen. Und das zu den VPI-Daten würde sehr, sehr gut passen. Das heißt, Short-Positionen von gestern bitte rauslöschen. Und dann eventuell dann eher erst hier oben dann bei knapp 65.000 US-Dollar rein triggern. Das ist jetzt erstmal so der Plan bei Bitcoin. Ansonsten seht ihr ja selber kaum Bewegung momentan in den Märkten. Volumen sehr, sehr gering. Wir haben auf jeden Fall noch Puffer nach oben. Newstechnisch bis 14.30 Uhr auf jeden Fall warten. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie ist das Spiel da? Im Endeffekt das gleiche Spiel. Auch hier, wir sind weiterhin in unserem Abtrend. Wir steigen weiterhin nach oben. Hier müssten wir eventuell dann auch mal gucken, wie stark die Märkte dann pushen könnten. Eventuell müssen wir auch hier die Position auf knapp 3.100 US-Dollar hoch verlegen. Das heißt, beim 0786er Fibonacci Retracement Level. Aber da auch würde ich eher die Prio auf Bitcoin setzen, anstatt auf Ethereum. Das heißt hier, der Plan bleibt weiterhin der gleiche. Wir müssen das alles nur noch ein bisschen nach oben ziehen. Wegen den VPI-Daten sollten die wirklich so positiv ausfallen, könnte das einen ordentlichen Push nach oben hin nochmal geben. Also da bitte drauf achten und auch wegen den Positionen da natürlich aufpassen. Ansonsten der ganze Altcoin-Markt weiterhin einfach nur noch um rumdümpeln. Es tut sich einfach gar nichts da, auch wenn wir hier wieder minimal im Plus sind, teilweise im Minus. Keine Bewegung, nichts wirklich zu besprechen, was es hier zu besprechen gilt. Ja, gehen wir rüber zu Gold. Hier weiter in unsere Shortbox. Die könnte heute eventuell sogar getriggert werden. Wenn wir positive Daten haben, möglicherweise kommt da so dieser kleine Buy-and-Sell-Move rein. Also das heißt, dass wir erst nach oben pushen, dann nach unten. Vor allem weil Gold hier oben sehr, sehr massive Widerstände hat in diesen Preisbereichen. Da könnte sich einiges an Short aufbauen, was dann kurz liquidiert wird, hoch Richtung Pivot und dann eben dieser Abverkauf zu den Daten. Was dann auch wiederum dazu passen würde, wenn wir uns mal ganz kurz den DXY angucken. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Hier. Mit kurzer Abverkauf und dann eben dieser Push nach oben würde eigentlich ganz gut so in meine Prognose mit reinpassen. Auch weil wir unseren Euro-Short dann auch noch offen haben und sowas. Müssen wir mal gucken. Aber an sich würde es, ich ziehe das jetzt einfach mal hier beispielshaft runter, dass wir hier nochmal runter an diesen Pivot gehen, an diesen S2 und von hier aus dann eine Erholung sehen, wenn dann die Inflationsdaten im Endeffekt eingepriesen sind und dann eben dieser Push nach oben kommt. Und dann eben bei Gold genau das Gegenteil, Push nach oben und dann eben dieser größere Abverkauf. Und wenn wir da schon dabei sind, gucken wir uns auch gleich noch den Euro gegenüber dem US-Dollar an. Hier ist die Short Order getriggert worden. Ihr seht es hier oben, neue Short Order ist drinnen. Das ist das Signal von gestern gewesen, beziehungsweise der Trade. Hier muss ich aber auch dazu sagen, da werde ich eventuell vor 14.30 Uhr nochmal rausgehen. Aber das sage ich da natürlich alles in der Telegram-Gruppe. Werde ich euch da auf jeden Fall Bescheid geben. Sollte ich hier noch irgendwas machen mit diesem Trade, werde ich euch da auf jeden Fall sofort benachrichtigen, ob ich noch rausgehe vor 14.30 Uhr oder nicht. Ich werde mir das ganz genau angucken. Sicherheitshalber, Trade-technisch, erster Take-Profit wäre hier unten beim Monats-Pivot R1.1095. Sollten wir bis dahin da drin sein, dann bleibe ich drin, weil dann haben wir sowieso nichts zu verlieren. Aber danach könnte eben möglicherweise entweder noch ein größerer Push kommen, womit ich eigentlich nicht rechne. Oder halt dann endlich unser Ziel von hier unten 1,082 US-Dollar. Ja und last but not least, DAX, viel zu wenig Bewegung. Wir sind hier weiterhin im Niemandsland momentan. Golden Pocket, das ist dieser Bereich, auf den es ankommt, wo ich auch die Short-Position verdoppeln würde. Hier dann aber sowieso Stop-Loss auf Entry. Das heißt, hier ist die Position 0 gefährdet. Wir verdoppeln hier einfach nur ohne wirkliches Risiko. Ja, war jetzt ein bisschen schnell, aber es gibt auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu besprechen. Das ist im Endeffekt das Gleiche, was ich gestern gesagt habe, aber egal. Lasst trotzdem gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und auch gerne meinen neuen Kanal abonnieren. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. unten in der Kommentarspalte. Würde ich mich freuen, wenn ich einige von euch da sehe. Okay, ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Und bis dahin, ja, wie immer, stay crypto.